Avocado-Liebhaber aufgepasst! In der kommenden Woche eröffnet hier in der Kalverstraße die erste deutsche Filiale von The Avocado Show. Kennt ihr nicht? Das Konzept kommt aus Amsterdam. Dort wurde im Jahr 2017 die erste Filiale eröffnet. Mittlerweile gibt es in verschiedenen Städten von Europa Restaurants. Nur noch nicht hier in Deutschland. Gerade laufen die letzten Vorbereitungen. Betrieben wird die Filiale übrigens von der bekannten Gastronomin Sonja Merz, die gemeinsam mit ihrer Tochter Katharina Renz das Konzept von The Avocado Show für Stuttgart hier entwickelt hat. Aufgrund der großen Medienpräsenz oder auch der Instagram-Präsenz des Konzepts bin ich darauf aufmerksam geworden und dann habe ich es auch vor Ort in Amsterdam gesehen und dann war mir auch klar, wir brauchen das unbedingt hier in Stuttgart oder in Deutschland. Gedacht, gemacht! Katharina Renz ist gemeinsam mit ihrer Mutter Sonja Merz auf die holländischen Gründer zugegangen, um sie zu überzeugen, die erste deutsche Filiale von The Avocado Show in Stuttgart zu eröffnen. Und dann sind wir zusammen dahin gefahren, unser unser Team und wir haben uns vorgestellt und dann haben wir uns sehr gut verstanden mit den Gründern und sie waren auch überzeugt von Stuttgart und sahen direkt viel Potenzial in unserer Stadt, so wie wir und deswegen hat es alles wunderbar gefasst. Sowohl Fleischliebhaber wie auch Vegetarier und Veganer werden in dem Lokal fündig. Neben dem Klassiker wie dem Avocado Toast bietet das Restaurant auch selbst kreierte Speisen an. Wenn ich jetzt meine drei Favoriten nennen müsste, würde ich sagen, es ist auf jeden Fall die Salamango Bowl. Das ist so die Bowl, die am meisten irgendwie durch die Medien geht, farbenfroh ist und auch mit dem Lachs wirklich sehr gut schmeckt. Dann würde ich aber auch sagen, der legendäre Burger, der nicht aus Burger Brötchen besteht, sondern aus zwei Avocado Hälften. Das ist halt wirklich der Hingucker. Es gibt auch da eine vegane Option mit einem roten Bete Patty und dann würde ich auf jeden Fall sagen auch unsere Avocado Pommes. Und wie sieht es mit den Preisen aus? Können sich auch Studenten und junge Menschen die Avocado Experience der besonderen Art leisten? Wir legen sehr großen Wert auf unsere Produkte, auf unsere Produktvielfalt, auf die Qualität. Aber dennoch haben wir wirklich eine vielfältige Speisekarte, wo ich doch denke, dass für jeden was dabei ist. Und wir bieten auch dann ein Mittagsangebot an für die umliegenden Büros und auch Studierende. Also ich glaube, da findet jeder was. Und was ist, wenn jemand keine Avocado mag? Also zu Hause bleiben muss er natürlich nicht. Bei uns ist jeder willkommen, gerade auch mit den ganzen Optionen Fleisch, Fisch, vegan, vegetarisch. Es ist eigentlich für jeden was dabei. Am 30. April ist es dann soweit. Dann eröffnet die Avocado Show hier in der Kalver Straße. Man darf gespannt sein, ob sich das Restaurant dann zum neuen Zuhause der Avocado Liebhaber entwickeln wird.